So liebe Leute, wir sind heute wieder da. Wir sind am Start in der Müllergasse oder Müllerstraße, wie auch immer. Und damit geht es heute weiter mit Impostimulator 21 nach einer kleinen Minipause. Ich habe es ja mehrmals auf meiner Facebook-Seite geschrieben. Ich habe es einfach zeitlich nicht gepackt aufzunehmen und ja, deswegen sieht es mir ein bisschen nach, dass jetzt die kleine Pause war. Jetzt geht es aber erstmal hoffentlich wieder weiter in den nächsten Tagen mit dem Wurstimulator 21 und da freue ich mich drauf. Das war dann jetzt am Start. Wir stoppen heute mit der Aufwertung von Sonne oder fahren heute fort, mit der Aufwertung für Sonnenstein. Ja, wir wollen euch auf jeden Fall ein bisschen wieder weiter machen. So, also, das, was wir in der letzten Folge gemacht haben, sind einige halt schon in Kurzvorstufe 3 stehen. Die brauchen wir dann auf jeden Fall jetzt auch. Ja, ich freue mich wieder, dass wir dabei sind. Aber halt, ja, warum die kleine Pause? Ganz einfach. Der Freitag, der war eigentlich nichts mehr auf dem, da lief ja der Busimulator aus. War die letzte Folge. Da hat sich dann kurz was hier gegeben, dass ich ein bisschen was erfahre. Ich war am Abend auf ein Konzert. Das war cool. Also direkt nach der Arbeiter quasi durch. Mit einer kleinen Minipause. Das reichte nicht zum Aufnehmen und das wäre auch einfach nur dahin geklatscht gewesen. Das hatte ich jetzt nicht gesagt nicht vor. Und die letzten Tage kamen immer ein bisschen was dazwischen, wo ich dann sage, naja, das wird nichts mit dem Aufnehmen. Da liefern auch noch andere Projekte. Ähm, ja. Wie gesagt, sie ist mir durchaus mal da, dass ich auch ein Privatleben habe und, äh, ich es nicht immer, äh, dazu kommen kann, den Bussimulator zu bringen. Ich hab zwar Spaß dran an dem Spiel, definitiv, natürlich, aber manchmal gibt es halt Dinge, die definitiv vorgehen und das ist halt einfach nur mal mein Privatleben, ne? Ähm, und wenn sich das ergibt, wenn sich da auch was ergibt, bzw. da was dazwischenkommt, soll ich jetzt auch mal einkaufen gehen, oder was auch immer, äh, dann ist das jetzt einfach schlichtweg so, äh, dass ich nicht mich reinsetzen kann zum Aufnehmen. Eigentlich war es geplant. Ähm, aber ihr wisst ja, Planung und so, Durchführung, das ist immer so zwei verschiedene Sachen. Aber, naja, heute habe ich ein bisschen Zeit. Heute setze ich mich ein bisschen ran. Es geht neben dem Bussimulator nachher noch weiter mit FIFA. Ähm, wir haben ja noch zwei Tage Pause jetzt gemacht. Also, heute ist quasi Montag, wenn diese Folge rauskommt, ähm, dann will ich mir jetzt keinen Stress machen. Ich hätte jetzt auch sagen, ey, ich schmeiß die Folge jetzt raus, schneid die direkt, lad die direkt hoch, dass die quasi das, was ihr jetzt seht, pünktlich am Sonntag kommt. Also, ich hab jetzt, es ist Sonntagfrüh um 20.10, ähm, nehm, ich jetzt gerade, hab ich jetzt gerade angefangen zum Aufnehmen, ähm, und, äh, ja, aber, nun, ja. Ich fühl's jetzt, ich will jetzt, wenn ich den Stress mache und sage, ich schneide jetzt, zieh die kurz rüber auf den Stick, bleibe ich schneide die, lad die hoch, etc. Das, jetzt wird die Zeit nicht passen, aber muss ja nicht sein. Wie gesagt, wenn man jetzt entspannt hier einen Montag weiter mit dem Bussimulator 21. So, und ich hatte einen, äh, ja, eine Zuschauer, wie auch immer, der mir unter das Video geschrieben hat, von wegen, ja, das ist eine Diashow, etc. und, äh, hast du nicht gesehen und billigste Grafik hat, äh, Leute, das ist die, ups, das ist die PS4-Version. Das Spiel gibt halt einfach nicht mehr, ja, das ist so, aber es macht Spaß, natürlich, ja, aber ist halt, nicht, dass es jetzt innovativ ist, definitiv nicht. So, fuck, hast du, möchtest eine fuck, hatte? Oh, nein, da hab ich wieder fragen, hast du die Tür blockiert? Ah, ich find's immer noch schade, dass man nicht da sagen kann, hey, komm, aber noch ein bisschen Luft, wir haben ja noch ein bisschen Luft, wir können da verkaufen, wir haben noch mal schön. Vielleicht haben wir noch, ups, ich hab mich nicht hier sitzen, ich will eigentlich fahr, äh, man, ich will eigentlich nur, ich will die Fahrgasse kontrollieren und sehe gerade, dass dahinter noch einer sitzt, okay, dann. Oh, da hat's schon leider, der war schon, der war versteckt und hat sich fast zu gut versteckt, dass ich mich fast nicht verstehe. Aber, ich krieg's so alle. Also, wenn ich mal nur fuck, hatten Kontrolle, Kontrollierrunde mache. Woi! Moi! Moi! Moin, Moin, Chef! Sonnstein ist so friedlich, selbst wenn man genau hinhört, hört man keinen Stadttlärm. Und ich habe schon kontrolliert, damit haben wir sie alle zwei Leute ohne fuck. Also, hat sich das erst mal schon ein bisschen geflottet? so was ich gucke mir das ist der kein fenster aufzumachen hat jetzt muss ich erwarten dass der grüne wendweg ist weil da vorne wieder einiges an leuten da über die straße muss so der sportwagen hinter mir lässt mich rein ja alles für mich rein sehr gut dankeschön diesmal funktioniert teilweise besser als in real life die leute die nicht wissen die mich nicht so häufig sehen ich bin tatsächlich busfahrer in real life und ja ich habe manchmal solche situation hat sich an die an der halte stelle herausfahren möchte und du schießt 23 minuten bis sich da irgendwer raus die ziehen alle an ihr vorbei die wünschen liegt bis zu sehr egoistisch normalerweise darf man zu einer fahrschule dass man eine brüste an der haltestelle bringt er hat da sonderrechte der darf muss eigentlich raus gelassen werden wenn ich privat mit dem auto unterwegs bin war ich das tatsächlich sogar wenn ich da vorne losstehen sehe und der blinkt links ich halte an und lasse es raus manche schwarze fahrer machen das nicht autofahrer machen das nicht die denken nö brauche ich nicht dann bin ich mal an dem bus vorbei und dann zieht der nächste auf ich ziehe dann noch mit naja wieder mal so ist halt so muss man mit leben man kann sich drüber ärgern man kann es auch lassen es bringt sowieso nichts ja liebe leute also wenn ihr mal den bus vor der nase seht der links blinkt lasst mit einfach raus das wäre total toll weil dann hast du leider dann irgendwelche fahrgäste an der nächsten halte stelle ja passiert ist halt leider manchmal so es gibt halt situationen da ist das teilweise unvermeidlich sei es viele hampeln sei es viele stadt viel verkehr und halt leute die einen nicht aus der halte stelle herausfahren das ist so kommt so ein bisschen dazwischen alles also kommt damit alles durcheinander alles zusammen so jetzt ist alles richtig ich habe schon darüber kreuz über überkaufen fragen naja gut nicht die unterstadt sollte man nicht so nicht bringen der situation hätte ich auch durchaus raus lassen können aber das raffen die kraft die kai hier die ich es geht schon ich hoffe gerade habe ich den fahrgäste raus lassen keine sorge ich lass die türen macht die türen auf ich wollte nur kurz die typen wegfällt sehr auf die idee kommt auszuschlafen auch das sind doch das hier das sind das wenige halte stellen sie das wird eine weile dauern wir sind jetzt wieder bei der dritten aufwärmer runde aufwärmte runde ja ich möchte über ein paar einmal kurz vieler war doch da ist noch einer alles klar so Gut. Dann haben wir es. Der Mautnerhof. Wir wissen das ganze Ding. Dafür machen wir doch gerne eine Vollbremsung. Was ist denn du? Fresse jetzt. Oh, zieh dir das an. Ist das nicht wunderschön? Solche Leute, ey. Genau das erlebe ich auch sehr gut. Ich bin jetzt hier einfach angehalten. Aber genau solche Situationen wie diesen Vin, der jetzt gerade an mir vorbeigefahren ist. Also der Transporter, das erlebe ich häufig immer. Ich habe es tatsächlich schon sehr häufig so erlebt, dass ich gefahren bin. Und es kommt ein Auto entgegen und es gibt noch Kandidaten, die müssen da unbedingt noch an dem Bus vorbei. Warum? Ey. Die könnte ich jedes Mal erschießen. Die könnte ich jedes Mal am liebsten aus dem Auto rausziehen und einfach mal fragen. Was soll die Scheiße? Gut, wenn ich das im Rückspiegel sehe, ich bin tatsächlich so, ich gehe dann auf die Bremse. Also ich war leicht auf die Bremse, dass ich dann den nur vorbeigehe. Bis vor es da unbundschweren Unfälle gibt. Es gibt bei uns tatsächlich einige Landstraßen. Da passieren halt leider so viele Unfälle. Genau wegen sowas. Leute, die überholen den anderen und unterschätzen den Abstand oder die Geschwindigkeit des entgegenkommenden. Und dann knallt das richtig heftig. Das Einzige, was ich schon mal erlebt habe, war tatsächlich mit samt Rettungszuschauer. Da habe ich noch nicht hier oben gewohnt. Dann bin ich hier lang gefahren zu meiner damaligen Freundin. Und da war die komplette Straße gesperrt. Wir waren zusammen unterwegs, genau. Wir waren unterwegs so nach Leipzig. Und da war die ganze Straße gesperrt und da war ein Rettungszuschauer Einsatz. Weil halt zwei Autos, glaube ich, entgegengekommen, zusammengestoßen sind. Also, ja. Genau, wegen teilweise. So war es nicht immer, natürlich, klar. Aber auch sehr, sehr häufig sind das solche Situationen. So. Fahrgast, ich will raus. Mit Rollschuh, machen wir doch. Ich denke, ich brauche mehrere Fahrkarten. Du willst mehrere Fahrkarten haben. Ah, Fahrgastkarte. Super. Ich hätte nicht gedacht, dass Hans zur Familie zurückkehren würde. So. Tür zu. Ramperein. Und weiter geht die Reihe. Hier geht es übrigens auch elektronisch. Also bei meinem Bus zum Beispiel ist das so, da geht es tatsächlich nicht elektronisch. Da muss ich tatsächlich dann aufstehen und die Rampe rausmachen, wenn da mal ein Rollschuhfahrer steht. Es steht bisher, toi toi toi, sehr selten mal einer. Ich glaube, ich hatte mal, seit ich jetzt hier fahre, sind das glaube ich zwei, drei, drei, glaube ich mal gewesen. Ich habe mal drei auf einmal. Das ist auch sehr krass. Aber, ne, ich habe tatsächlich bisher noch nicht allzu viele. Es war glaube ich zweimal derselbe. Ähm, damals. Es war ein Junge, der im Rollschuh sitzt, nicht dabei hatte. Da bin ich aber auch so jemand zum Beispiel, wie gesagt, hier ist es elektronisch. Das wäre toll, wenn es so wäre. Wenn es wirklich so wäre. Äh, weil es einfacher ist. Ähm, aber ich bin zum Beispiel so jemand, wenn dann, oder es ist die Regel, bei auch vielen Kollegen, die das so machen, wenn da ein Rollschuhfahrer steht, das erste, was hinten aufgeht, ist erstmal hinten in die Tür. Natürlich gibt es da immer immer hier einen Kandidaten, die da hinten einsteigen müssen. Ich hatte jetzt vor, glaube ich vor zwei, eine Woche. Eine Woche war es. Äh, dass ich hinten die Tür aufmache, weil dort ein Fahrradfahrer rein wollte. Und, äh, erstmal vier Leute hinterher reingedackelt sind. Fand ich total toll. Wag ich nicht. Ich bin also jemand, ich weise darauf hin. Ich sage, ey, Leute, bitte mal wieder aussteigen. Vollzeitstieg, Ticketvorgabe, ähm, oder Ticketvorzeigen, oder Ticket kaufen, etc. Gut, die drei, vier, die da reingestanden sind, hatten ein elektronisches Ticket. Das ist kein, das war dann halt, der dann kein Problem gewesen. Aber, wie gesagt, ich kann es ja nicht riechen. Ich kann es ja nicht sehen. Und ich will halt die Tickets sehen. Um halt genau so Situationen, wie es hier im Bussimulator ist, ähm, zu unterbinden. Weil halt dort, ähm, nein, nein, ich will die Fahrradfahrer wieder verlassen. Ich will eigentlich die drei, vier Leute, die da... Dankeschön. Ähm. Ich will halt genau das verändern, was halt hier passiert, dass wir halt Schwarzware dabei haben. Ähm, ich guck mal solche Tickets immer sehr, sehr gerne an. Und der Zwendi dann vorne, ich hab so ein Gerät vorne dran. Wie das... Nee, hier ist es nicht. So ein Fahrkartenstempler vorne dran. Und, äh, der... Äh, selbst dann guck ich doch mal drauf. Weil ich auch schon Leute erlebt hab, die stempeln eine Karte ab und wollen dann durchgehen und haben eine Karte, die eigentlich nicht abzustempeln ist, die dann teilweise ein paar Tage alt ist. Äh, und, äh, da kannst du solche Leute dann halt direkt rausfiltern. Ja, das passiert sehr, sehr selten. Das passiert auf einer Linie tatsächlich sehr, sehr häufig. Nicht auf allen. Es ist erst alles auf zwei. Oh, hey, ich bin grad im Bus. Ja, im Bus. Da müssen die, glaub ich, sogar noch mindestens einmal fahren. Mindestens ein zweimal fahren. Ich dachte, wir sehen uns morgen. Oh, erst krank? Gut. Ja, wie gesagt, natürlich, tatsächlich die Rollstuhlfahrer. Und, äh, die gehen zumindest als erstes Reiten. Was ich eigentlich damit sagen wollte, war, zum Beispiel, ich stehe dann auf und mach die Ramp als erstes. Hat sich mitgenommen? Okay. Eigentlich hatte ich... Hab ich tatsächlich mitgenommen? Oh. Upsi. Das passiert selten. Das hab ich bisher noch nicht gehabt. Fass habe ich mal solche Situationen gehabt. Aber da war es dunkel. Also die Haltestellen sind... Da haben wir jetzt sehr, sehr schlecht ausgeleuchtet. Ähm. Und da hab ich schon mal fast einen Fahrgast übersehen. Ja. Dort mit komplett schwarzer Hose, schwarze Jacke stand. Und, äh, ich dann normal vorbeigefahren bin. Deswegen sage ich zu euch auch sehr vielen Fahrgasten, die da hälftig stehen. Ja, die jeden Tag stehen. Ey, ähm. Leuchte mal bitte kurz mit dem Handy dann kurz. Wenn du siehst, der Bus kommt. Einfach kurz das Handy anmachen mit der Lampe. Äh, ich sehe dann, okay, da ist jemand. Ich kann nicht jeden Fahrgast direkt sehen. Gerade wenn es, wie gesagt, dunkel ist und die Leute sich nicht bewegen. Weil die stehen dann auch die ganze Zeit dort. Und dann siehst du es halt echt nicht. Beziehungsweise im allerletzten Moment manchmal erst. Ja. Das ist dann ein bisschen doof. So. Nächste Anstellung ist der Sonnenladen auf. Jetzt gibt es jetzt eine kleine Kombination hier. Danke schön, dass du mal stein bist. So, Lepp, ich kann hier auch keine Abkürzung machen. Weil A ist das mit dem Bus ein bisschen geschissen. Und B ist, glaube ich, der Zau nicht zu kaputt zu machen. Das heißt, ich würde sonst würde ich hier runter verfahren. Aber da geht ja, weil es komme ich einfach. Ich fahre mit Vollgas runter, dann kommt das auch mit dem Bus. Aber unabhängig davon sollte man das nicht durchaus mit dem Linienbruss machen. Natürlich nicht. Das lässt ja klar verständlich sein. Da bin ich jetzt beim Bus Mulatto sowieso nicht. Da kostet das einfach alles mehr Zeit als es ist. Gut, wir haben tatsächlich so wenig Linien mit solchen Sepentin. Also das ist ja hier sowieso alles Flachland. Das hast du wahrscheinlich halt eher in den ganzen Bergen gegen Erzgebirge oder so. Das hast du wahrscheinlich ziemlich häufig. Aber das ist halt so. Und ja, ich höre mich mir tatsächlich noch ein bisschen müde an. Ich bin eigentlich quasi nach dem Aufstehen direkt schwerlich gemacht. Und da habe ich dann direkt an dem Bus zum Malator eingesetzt. Weil ich heute noch ein bisschen was vor habe. Aber ich habe nämlich noch mal. Ich will ja noch mal eine Karriere bei räumen. Das werden sie sagen. Mal. So. So. Das war. Das war. Ich habe jetzt nochmal einen zweiten Bus. Ich habe mir gerade einen. Ich habe meine, ich habe jetzt noch nicht. der ist dass ich jetzt sagen dass man da muss unterricht und ich hatte was du da nicht so wissen würde fragen warum ist das nicht warte mal das wirst du doch eigentlich sämtlich warum ist das unterwegs eigentlich sollte der unterwegs sein warum bist du das nicht doch der ist unterwegs warum ist er alles klar du warum bist du hast du dich mit ach die tür hinten ist noch zu nein ich will keinen vergangenen kann ich will die tür aufmachen warum geht die jetzt nicht auf dritte tür zweite tür jetzt ich würde kurz sagen war das ist wie super teilweise verpackt dass das mit der rampe nicht funktioniert funktioniert jetzt irgendwie wieder so sondern es heißt sonnenstraße also jetzt ist es mit verwirrend und wie gesagt und was hier mit diesen mit sonnenstraße sonnenweg ist manchmal nervig also wir brauchen wahrscheinlich noch mindestens eine folge wenn ich sogar zwei ich setze mal mit da rein nicht dass der mir hier komplett überschießt ich weiß gar nicht was hier die höchstgeschwindigkeit wenn der bus ist kommt 90 also würde der können hier es sind viele haltestellen erst auf eins gewesen also brauchen wir noch an zwei runden also ein zwei folgen wir sind jetzt in der dritten mit fünf folgen dann alle nur für sonnstein wenn ich jedes mal aber nicht mal schon ich würde nicht darauf wetten dass man ohne fahrgarten fährt ich liebe solche halte stelle also es ist irre bevor ich will ich nie raus habe aus dem plan weil da kann ich mich nicht abliegen es wäre nur super wenn die genau diese leute jetzt einfach mal gerade kurz weg gehen als man ist der hier genau da kann ich hier nämlich rum so geht mal wieder alter auto diese halte stelle hier das ist ich habe jetzt ja tatsächlich hat auch versucht mit der plattform wechsel also selbst wenn die muss mitgenommen werden das ist halt die liegt halt extrem scheiße weil du kommst glaube ich von vorne was kann ich noch mal rechts abbiegen also ich bevor ich die rausnehmen kann kann erst mal ein tag aus wieder mit lauter musik da sitzt lauter lautstrecke sitzt hinter mir irgendwie einmal ich bin schon naja ab jetzt nicht das thema würde ich gerne irgendwann abschließen wie soll die wissen halt leider bescheid das ist halt manchmal ein bisschen länger dauern kann habe ich noch keine chance zumindest das mein berufsleben zu erzählen privat für dich eigentlich sehr sehr wenig erzählen gerade beim aufnehmen das ist schwierig halt wie gesagt wenn du das aufnimmst und die streams können die leute fragen stellt das könnte ich jetzt nicht unbedingt machen aber man kann natürlich drunter die kommentare schreiben erzähl mal darüber das kann ich aber erst machen würde ich da quasi auch ich habe ja die aufnahme ist ja schnell beendet ich muss die ganze scheiße hochfahren und wieder runterfahren die halte stelle die ist ich weiß nicht wie ich die verbinden soll sonst und ja aber sie beide haltestellen den windfiel die mit dabei sind die sind einfach nur aus streckengründen mit drin die sind eigentlich total irrelevant weil die alle schon bei der 5 liegen deswegen das ist einfach nur damit ich die route richtig setzen kann weil sonst glaube ich zetze uns eine andere route rein die komplizierter gedacht ist aber wie gesagt eigentlich muss uns gleich der gegenbus entgegenkommen da ist er auch schon auf der rechten auf der kommt jetzt von links ab also doch da ist er auch gerade hochgespawnt ich weiß das macht man eigentlich die freundlich mit der ortschaft aber ich will den bus halt schneller vorbilder doch hinter mir haben gerade weiß der gegenbus ist aber das ist jetzt der vorteil dass der jetzt mit unterwegs ist weil das macht das ruten aufwerfen müssen einfacher weil die halte stelle noch mal doppelt so hoch das ist die letzte halte stelle ja aber die warten so da ist die erste halte stelle jemals auch mal raus wenn man den hauptplatz erstmal raus wo sind wir überhaupt unter sonnen stein mussten die zehn acht neun die schon auf drei das heißt dann nehmen wir die nämlich raus ja so die europäische lösung ist automatisch übrigens drin wenn wir eine halte stelle steht viele bremse drin damit ist die verarschen jetzt kommt noch zwei leute drüben an die du bist noch was gehört ja was ja stehe auf ich hatte jetzt mein betrieb machen und ich hatte sein bürger okay wir machen in der nächsten folge weiter dann muss die mal ab und dann geht's weiter mit dem aufwirken hier ne bis dann